...gebottelneckt, ach sooo... Lenny, Alter, ne? Deine Geräusche, die muss man manchmal wirklich mit aufnehmen. Ja, deswegen. ... haben sich gegenseitig gebotelneckt, die... Den Bottelnacken... Ich weiß jetzt, wie's gerechnet wird, Flash. Wie denn? Die komplette Summe der Fluxdukte wird zusammen addiert, die, ähm... Okay. Ja. Dann, schieß den Strom durch. Oh, Lenny. Der verhärtete Fluxdukte. Haben wir noch nen Emberwald? Könnte ich noch nen Upgrade machen, vielleicht tut mir leid. Ja, genau da oben für. Ich wollte hier grad meinen... ...meinen Excavator mal ein bisschen upgraden hier. Vanylium 6. Ja, jetzt sind's auch bei 23.000, ey. Ach, hallo, Maid. Acht. Drei. Ich brauch Papier. Ja, das sieht doch wesentlich besser aus. Warum kann man nicht einfach, weiß nicht, Gras anpflanzen und seinen Charakter zum Kiffen zwingen? Ja. Skipp den Mod. Cool. Flash. Ja. Plus 570 Elf pro Tick. Aua, irgendwas boxt mich. Ach man, hau doch ab, hab ich gesagt. Was ist, was, was, hä, was ist jetzt so teuer? Oder? Ich sterbe, bevor dieser Schluckauf weg ist. Sehr gut. Äh, was, warum kommen jetzt so viele Sachen an mich angeflogen? Was ist jetzt hier Lage der Sache? Ah, Strom kommt rein, ne? Ja, es ist alles prima jetzt. Ja, warte mal, jetzt können wir den Output drauf auf 1000 erhöhen, oder nicht? Denk ich. Ja, geht sogar. Ja, dann ist doch gut. Ach, Zombie, Mann. Ich hab doch grad schon mit deinem Bruder Stress gehabt. Jetzt verpiss. Haben wir jetzt noch mehr Strom, oder was? Ja. Geht jetzt halt einfach. Obwohl... Der Verbrauch ist jetzt aber minimal, ne? Also der... Wir, wir machen nur plus 100 jetzt gerade. Ja, ja, weil du halt... ... groß ballerst. Ja, ist ja egal. Du ballerst ja jetzt 500 mehr raus, dann, ne? Ja, ist doch gut. Dann wird... Dann wird der... Äh, der Crafter. Ach so, du machst einfach so, dass er doppelt so... Ja, okay. Jetzt find ich den Ausgang nicht mehr, toll. Ja, dann brauchen wir ein hartes Netz auch hier noch dran, oder nicht? Oder ist das egal? Ist das in Ordnung, weil es nicht so viele sind. Ja, lass mal so. Wat? Formic Energistics? Ohhhh... Du schaust... Applied Energistics in Thaumcraft. Und Beans auch. Und Beans auch. Na? Ich hab's Beans. Ja, aber Beans. Formic Beans. Ja. Nein, Magic Beans. Beans. Danke. Ja, Magic Beans. Beans oder Beans? Peace. Ihr habt'n scharper den... Tim... 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 Da war Boden. Ja. War die Anziehungskraft wieder so stark, oder was? Ach. Acht. Mit der? Ja, war sie. Ach der Hammerkopf. Hier ist so eben. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele. Ihr seid behindert! Jool. Es muss immer gesungen werden in der Aufnahme. Egal. Oder geknistert. Oder so. Oder geblasen Oder gegessen Oder gegessen Oder gegessen Ja gegessen Oder gehigst Oder gehigst Oder gehigst Lenni Oh Lenni Kuckler Kuckler So Mit was muss ich dich nachher reparieren Mein Freund Alumite Ok Tip Top Mh 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 Ne Recipes Modifiers Ist das eine Hardenet? Eine Hardenet Flux Ok So Ist das teuer? Hardenet Flux Nur Inva und Netflix Ok 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 Sagst du Ja Ich stell dich Oh Lenni Ganz ehrlich Powder und Feroz Ok Haben wir noch Inva? Ja Ja Müsste in der Kiste da sein Kiste wo das Zeug von oben rauskommt Ah ja Inva Ups Schon wieder tot? Hast du schon wieder Blut gespendet? Ah Wieder zu viel? Blut spenden über 100% Hammer der einfach in jede Farbe leuchtet Wuh Wuh Aua Wuh 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 Adrian Was denn? Wuh 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 Aua Wuh 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 Wunsch Wunsch In家 Ein Wunsch doch gesagt ja und jetzt er ist okay, ich will trotzdem dich aus spielen du sagst nee, er sagt doch und du sagst nee ja genau so ungefähr und ich sag doch ach ich mach einfach ne harte netze wo ist die scheiße Hexe blödes Objektiv da ist der turtle dauer I like Turtles I like Twains I like Turtles I like Boobies äh WTF ach so jetzt verstehe ich warum die Kiste da angeschlossen ist ja das ist gut vielleicht 2,5 Stunden ne ja und 5 Uhr morgens 5 Uhr morgens reicht doch hm 4 Uhr morgens ja warum nicht 5 Uhr morgens Zeit vom Cranburger ich brauch wieder Blei 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 sehr schön das sludge ist fast voll ohhhhh ohhhhh ja lass was da mit dem Pool bau sonst schmeißt da noch paar Dinger dran wenn du noch hast ist egal alles wird gut damit alles wird gut damit super Centus dass du wieder die Aufnahme total versaut hast mit deinem ewigen Rülpsen immer hier Frechheit ja er ist nur am Rülpsen die ganze Zeit Tag lang und Nacht äh äh waren da grad Beeren drinne welcher verkrüppelte Idiot schmeißt in diese Kiste Beeren rein adrian ich schmeiß dich gleich ich porte dich in die Stinker rein die Stinker freuen sich schon auf dich glaub mir ja und dann kannst du so weit weg cremmen wie du willst der kriegt dich trotzdem mea achja hör mich blöd andersrum ja bist du jetzt hör doch mal auch immer alle sowas zu bestätigen ich find das nicht mehr das macht mich traurig ist doch schön ja was ist denn jetzt auf Whatsapp schon wieder äh ey schick mir mal deine App alter ja Baumessence wie ist das Mensch wie ist das Mensch dritten mal durch und wir wissen aber äh wie häufig findet man hier eigentlich Dias nur ne Hexe erst mal analysieren alter ich will B drücken nein so ich will C drücken mein alter ist schon viel zu alt alter ich bin grad schon wieder verwirrt warum ist doch normal ich hab 40 Obsidian verloren hä still really verloren mal mal nicht möglich ich kann DD 98 aber ich muss Biest studieren okay ach DD ist ein Biest ja ich muss studieren um DD zu studieren hallo kleiner Goblin wo kommst du denn her mit der ich hab das ich hab das ein bisschen ey das sind jetzt mal genug Spitzhacken ey das sind erst mal genug Spitzhacken oh oh 4 6 8 Stück grad gemacht reicht erstmal so Ah, ich riech lasse, aber ich riech so anscheinend. Warum? Weil es hinkt da. Der kann nix dafür. Sagst du Lenny. Sagt Lenny. Ja. Sag ich. Einer ist auch gegessen. Ah, das dauert jetzt. Das war Ewigkeiten hier. Miau. Miau. Das kann doch irgendwo ne Witchcat sein, ja. Oh. Savage Unit. Ich sehe immer noch nicht wo das Obsidian. Hi Witchcat. Ich weiß, ob sie dir angeklaut. Ja. Dafür stirbst du glaub ich gleich. Oh, oh Witchcat, 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 Witchcat stirb. Oh, oh Witchcat, Witchcat, Witchcat stirb.